Okay, Kid Entertainment, Motherfuckers. Du bist so ein Typ, der so rumrennt und irgendwelchen Leuten auf die Fresse hat oder was? Ja, wenn ich was davon hab, ja, Probleme. Du Fickster, du verdickst ihn an meinem Rücken auf der Straße, hä? Ist das nicht mein Problem, Alter? Nein, Mann, jetzt ist das unser Problem! Mit dem Typen bin ich durch. Aber mit dir hab ich kein Problem. Kennst du dich eigentlich aus mit Dash, Koga? Das mit dem Gras, weißt du, das mach ich so nebenbei. Ich brauch da jemanden, weißt du, den ich mich verlassen kann. Kannst du das vorstellen? Ich schwör, ich würd nie für so'n Huren so'n Arbeiten, wenn er dir irgendwas angetan hätte, Mann. Ich schwör, ich würd den gleich ficken, ey. Bist du plötzlich der Derbste, Alter? Bist du Powerbressper oder was? Kannst nicht so sein wie ich, Mann. Warum willst du, du Fickster? Pack das Ding weg, Decker! Ich hab dich zusammen, Alter! Was? Mach den Fickster weg und ich weiß, was los ist. Kann ich nicht. Weißt du was, Alter? Jetzt will ich, dass das reicht. Ich schreib dich irgendwie,hin marketplace zu findern. Vielen Dank.